Hallo, heute zeige ich euch, wie ihr den Zombie-Modus Dead Ops freischaltet, ohne die eigentliche Kampagne spielen zu müssen. Als erstes müsst ihr die reguläre Kampagne starten, ist eigentlich egal auf welchem Schwierigkeitsgrad. Dann müsst ihr unter der Missionsauswahl die Mission Black Ops auswählen und das Spiel starten. Ihr taucht dann direkt neben einer Art Rechner auf, da geht ihr dran und geht auf das Symbol oben links. Geht einfach bei der Playstation mit X und bei der Xbox mit A drauf und da könnt ihr dann Dead Ops tatsächlich starten, ohne die eigentliche Kampagne jemals gespielt haben zu müssen. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Ciao! Outro